Die ersten sechs Performances haben wir jetzt schon gesehen und gehört und da drüben auf unseren Top 3 Plätzen stehen die, die unsere 100 am meisten begeistert haben und da sitzen noch ein paar in der Lounge, die auf jeden Fall auf die Bühne möchten und ich freue mich jetzt total auf Marina. Hallo zusammen, ich bin die Marina, mich kennt man auch unter dem Künstlernamen Maureena und ja, jetzt bin ich hier. Also es ist so, in meinem Job als Rezeptionistin nehme ich mir einfach die Rezeption als die Bühne und so empfange ich die Gäste einfach am besten mit meiner Art und deswegen nehme ich so ein bisschen die Musik mit zur Arbeit und ja, entertain auch die Gäste so ein bisschen. Also ich bin so richtig, ich kann also aus mir rauskommen während der Arbeit. Ich weiß es nicht. Es könnte auch sein, dass sie den Song eines Mannes singt. Ja. Ich brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Ich bin durch die Musik sehr selbstbewusst geworden und ich bin auf jeden Fall so ein Typ, der sehr hohe Erwartungen hat an mich selber, um es den Leuten zu beweisen, um es mir zu beweisen, weil ich einfach damals in der Schule eben nicht einer der besten Schülerinnen war und hier bei Outtogether Now kann ich das zeigen. Oder so ein Song von MC Fitti, ich weiß nicht. Ihr seid immer noch am Rätseln oder was, ihr kleinen Rathemäuse? Also wir erwarten immer noch, dass jemand einen Song von dir performt. Mein Song, das ist doch, das kann jeder. Ich schätze, ich kann die 100 ergattern, aber das ist dann auch so überheblich. Was, wenn ich sie nicht schaffe? Sie hat sich in Schale geworfen. Oh, aber wow! Oh, okay! Der grüne Mantel ist weg. Das ist ein Statement. Schön. Ich denke, dass ich gute Chancen habe, ins Finale zu kommen, weil ich einfach was Besonderes bin. Es ist einfach so. Du siehst heiß aus. Thank you! Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Maurena und heute Abend singe ich einen Golden Oldie für euch, den ihr nicht erwartet von mir. Da freue ich mich schon drauf. Oldies sind immer super. Das war's. Ah! Hit the road jack! Hit the road jack! Hit the road jack, baby! Hit the road jack! And don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road jack! And don't you come back no more, no more, hit the road jack! Oh, woman, oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I have to pet my things and go, that's right! Hit the road jack! And don't you come back no more, no more, no more, no more, no more, hit the road jack! And don't you come back no more, no more, no more, no more, no more, no more, hit the road jack! Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Marina 90 Stimmen für dich, Marina. So knapp auf Platz 2 gelandet. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen hier bei euch. Das bedeutet, lieber Philipp, das war's für dich an dieser Stelle. Aber wir hatten alle sehr, sehr viel Spaß mit dir. Bitte geh wieder zurück in die Lounge. Vielen Dank, dass du da warst, Philipp. Andy. Du bist ja hier fast runtergekippt. Ja, ich wollte am liebsten, naja, ich bin auch nur ein Mann. Also ich fand's mega, was ich am Anfang schon total geil fand. Du bist ja totaler Vollprofi, weil so macht man's. Man hängt den ganzen Tag in irgendwelchen Klamotten ab und dann geht man hinter die Bühne, geht durch die Zaubertür und kommt so raus. Macht's schon gleich alle fertig. Also mich zum Beispiel. Ich war so auf jeden Fall sofort schockverliebt. Und ja. Und dann haust du noch ein Ding raus, wo man nicht still sitzen kann. Also ich bin Fan. Begeistert. Und I love you. Dankeschön. Danke, danke. Liebesbekundungen, Liebesbekundungen. Ich gehe weiter zu Deborah. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. And du hast the road gehittet. Ihr kennt euch auch aus, David, Deborah. Ihr kennt euch aus mit dieser Art von Musik. What you say? Okay. Das ist eure Musik. Es ist meine Musik. Es ist deine Musik. Und dann so zu performen sehen. Absolut. Absolut. Ich hätte nichts anderes machen können. What you say? Hit the road. What you say? Alright, baby. Also 90 sind aufgestanden. 10 sind sitzen geblieben. Und Pat ist auf jeden Fall eine davon. Why? Ach, herrje. Das hat mich jetzt nicht so berührt. Also es war fehlerfrei. Ich liebe den Song auch. Aber der Funke ist nicht übergeschwungen. Jetzt hassen mich wahrscheinlich alle. Aber ja. Alles gut. Es gibt nichts auszusetzen. Es war einfach persönlicher Geschmack. So. Okay. Das war es. Liebe Marina, du bist auf Platz 2. Kannst dich gerne dazu gesellen zu den anderen. Das ist eng. Alles gut. Untertitelung des ZDF, 2020